Mit dem Tempest Gerät und mit dem Hammett plus Truck Boxer Das ist auf jeden Fall gut Wer hat damit Bock drauf? Ich bin gerade als Medic eingeloggt, weil ich irgendwann diesen Praktikantenstatus verlieren will Ja, ja Julian, wo bist du? Komm mal hoch, Berenzino Äh, Zombie, du bist nicht in der WhatsApp-Meldegruppe? Nein, warum? Willst du da rein? Äh, muss ich da rein? Muss nicht, es sind bisher 1, 2, 3, 4, 5 Leute sind da drin Da geht's gerade darum, äh, jetzt mal ne Umfrage, welche Autos man sich für die Medic wünscht Man soll aber realistisch bleiben, also keine R8s oder so und welche Helikopter? Was für ein Schwachsinn, Mann, die sollten sich mal lieber überlegen, wo die neue Base sind Ich will eine neue Base haben und keine anderen Fahrzeuge Ach, das ist im Prinzip ziemlich easy, man sollte das so machen, wie bei, äh, altes Life auch, dass du an jedem Krankenhaus spawnen kannst So, und dann müssten wir oben bei der Feuerwehrwache, äh, am großen Airfield noch spawnen können Dann hätten wir perfekt alles abgedeckt Bäms Und dass man sich an, dass normale Zivis dort nur den Arzt haben, wo sie sich heilen lassen können Und dass wir da unsere Helis rauskriegen, unsere, äh, ja, Helis, ja doch, Helis rauskriegen Unsere Garage drin haben und uns ausrüsten können Bäms Aber ich bin gleich da, ich muss mal eben gerade mein Headset, äh, mein TS neu starten, weil mein Mikrofon spackt wieder ab, ey, ich könnte kotzen, ey Rotzkacke hier Warum? Funktioniert doch Nein, das funktioniert schon, aber ich muss jedes Mal mein TS neu starten, weil es irgendwann anfängt, leise zu werden und dann diese Sprachaktivierung leiser wird Warte, ich bin gleich wieder da Was ist das für eine Kacke? Okay Die haben wir da, Tossi und so, sind die dann alle offline? Kein, wohl Na, ist ja Sonntag, wenn die da mal ein bisschen eher Schluss machen Ah, nee, sind unten Ich hab seit dem neuesten, seit dem neuesten Update, äh, schmiert und dauernd mein Armour ab, kommt immer Fehlermeldung, also Armour funktioniert nicht mehr Haha Das regt mich und dauernd auf Ja, das hab ich nie gehabt, jetzt auf einmal seit das neue Update hab ich das Aber wo stehst du denn jetzt eigentlich? Was für ein Server seid ihr denn? Server 3 Du kannst mir mal helfen, Walli, ich will nämlich oben mal ein bisschen Diamanten farmen Als Cop, äh, als Medic Nein Ich bin User Und ich bräuchte mal jemanden, der mit mir von Berenzino mit meinem Truck Boxer, äh, mit meinem Hamlet Boxer, äh, mit dem Ich bin User